Wir befinden uns hier am Stein. Mit diesem Stein hängt wohl die berühmteste Sage in Ingolstadt zusammen. Als das Münster gebaut wurde, hat das den Teufel geärgert. Und der Teufel schleuderte einen Stein auf das Münster, um dann noch jungen Bau zu zerstören, doch er traf nicht. Er ärgert sich seitdem und er fliegt um das Münster herum. Das ist auch der Grund dafür, warum es dort immer ein wenig Wind gibt. Der Stein lag im Friedhof des Münsters, also um das Münster herum. Und dort lag er hunderte Jahre, bis im Jahre 1814 Soldaten, die weder Tod noch Teufel fürchteten, ihn auf ein Fuhrwerk geladen haben und ihn hierher gebracht haben. Und dort liegt er heute noch. Welche Angst die Menschen vor diesem Stein hatten, zeigt sich allein schon darin, dass 1814 das Fuhrwerk, das den Stein transportiert worden ist, danach verbrannt worden ist. Man wollte mit dem Fuhrwerk nichts mehr zu tun haben. Seither heißt die Straße am Stein. Andere Gelehrte behaupten, die Straße heißt deswegen am Stein, weil diese Häuser hier in dieser Zeile die erste in Ingolstadt waren, die aus Stein erbaut waren.